Hallo, willkommen zurück. Wir beide spielen wieder eine Runde XCOM Enemy Unknown. Letztes Mal waren wir irgendwo im Nirvana gestrandet und auf der Suche nach den Aliens, die das UFO bewachen. Ich bin mal gespannt, ob wir jetzt welche finden. Ja, so ein Erdwärmekraftwerk, das ist auch eins meiner nächsten Ziele, aber davon brauche ich erstmal Geld. Ich habe beschlossen, jetzt doch ein paar Gegenstände zu verkaufen, die wir nicht mehr brauchen, um an mehr Geld zu kommen. So, das sieht ja alles nicht sehr vielversprechend aus hier. Das Dumme ist, ich weiß auch nicht, wer sich diese Runde schon bewegt hat. Es ist ja jetzt wieder für mich einen Tag vergangen. Beim Gucken einmal durchklicken. Es scheinen sich noch die drei bewegen zu können. Wunderbar. Aber er hat nur noch einen Zug. Dann macht er nichts und sie mit ihrem Präzisionsgewehr bleibt auf jeden Fall hier erstmal stehen. Und Owen White, du kannst noch einen Schritt nach vorne wagen. Immer noch nichts. Ist ja Wahnsinn. Dann warten wir diese Runde nochmal ab. Achso, da sind doch welche. Ich habe gar nicht gesehen. Ach man, was macht ihr denn? Vier Schüsse und viermal daneben. Und ich glaube, ich habe keinen Raketenwerfer dabei heute. Ist das ätzend. Da nützt ja nichts, dass das Zeug hält. Erstmal gucken, was der Scharfschütze sehen kann. Oder die beiden Scharfschützen. Okay, sonst da schön in Deckung bleiben. 74 oder? Auch 74. Achso, der kann nur die beiden. Ja okay. Nicht Pistole. Gerade nochmal gesehen. So, der kann nämlich auch vielleicht nach hinten schießen. So, jetzt kann Tom den hier oben nehmen. Okay, dann ist es doch nicht so schlimm, wie ich anfangs dachte. Und du rückst auf die Seite vor. Hier hast du zu beiden Seiten Deckung. Kannst danach von einem Alien noch getroffen werden, falls du das andere abschießt. Das ist aber kein Problem. Oh, da sind noch mehr. Okay. Ach nee. Verflucht. Ja und der Kerl, das ist ja unser neuer, ach nee, den haben wir irgendwann mal für eine Mission als Belohnung bekommen. Mal schauen, was der so als Spezialfähigkeit hat. Rauchgranate. Kommt natürlich auch nicht weit, ne? Dann muss er sich erstmal bewegen. Und hier ist auch noch ein Alien. Boah. Überall. Ja, dann mal los. Zu wenig Schaden. Jetzt Daumen drücken, bitte. Daumen drücken. Drei. Na, drei. Na, schau. Na, drei? Na, drei. Na, die sind Moritern. Da, du kannst. Da, du kannst. Na, das ist. Ah. Ach! Bis jetzt geht es noch. Was macht er denn? Ja, das ist doch cool. Gar nichts passiert. Gut, Clara hat Vorrang. Zum Glück stand da keiner in der Nähe. Der Kollege ist noch vergiftet. Der hält aber auch eine Menge aus. Wen können wir denn hier sehen? Da hinten und 56%. Der hält auch eine Menge aus. Der kann auch ein bisschen näher ran. Und ich würde sagen von... Ne, von hier. Das geht nicht. Ach, wieso... Ah, jetzt geht es. Da. Mhm. Der macht keinen Schaden. Kojo, du nimmst den da oben. Wie viel hält der denn aus? Kann ich das irgendwie sehen? Der kann schon 4 aushalten. Na ja, ein normaler Schuss sollte reichen. Hast du gut gemacht, Kojo. So, Tom... Wird jetzt mal Sturm und Schuss einsetzen. Lassen wir ein bisschen weit weg vom Schuss. Und das Bäumchen. Und dann... 52% oder 20%. Ja, die Entscheidung ist mir leicht gefallen. Fein, fein. Und der liebe Owen... Setzt auch Sturm und Schuss ein. Ah, ganz so weit kommt er nicht. Das heißt, wir gehen hier mal an den Baum. Ah, das ist nicht gut. Obwohl nicht reichen. Negativ Schaden. Aber okay, was will der eine jetzt machen gegen uns? Genau, nix. Klara, du kannst nix sehen. Die hat ja noch nicht das Sichtfeld der anderen. Die muss ja selber noch gucken. Das heißt, ich ziehe sie auch ein bisschen vor, damit sie nicht so ganz alleine irgendwo rumsteht. Gut, gehen wir erstmal mal... Na, da lang. Ja, Kodo, du kannst den sehen und dann darfst du auch sehen. Das ist irgendwie unser bester Mann, finde ich. Ich hätt's nicht sagen sollen. Okay. Nee. Erstmal... Schießt Owen einmal. Das ist nicht gut. Kann ich angreifen. Masahiro. Kommt hier nicht in Deckung. Das heißt, wir ziehen Masahiro vor. Nee, noch nicht. Wir müssen erst den Alien da beseitigen. Ziehen jetzt vor. Hier hin. Alles ruhig. Klara. Klara. Geht hier hinter die Mauer. Er lädt nach. Was war das? Achso, das ist jetzt der andere. Okay. Auch noch mal nachladen. Fertig und bereit. Und nachladen. Wieder am Start. Auf die nachladen. Alles klar. Und nachladen. Und nachladen. Da. Und nachladen.